und zack danke aber ich kann ja wahrscheinlich auch jetzt einfach von hier oben damit mich durch packen ohne groß hier komm ich kommst du nicht dran ich will doch da dran also so wie gedacht so nicht falschen so durchschlagen hier mit dem handschuh gut dass wir den haben und da so jetzt oder sind nämlich auch zwei ärzte sehr schön das haben wir und dann haben auch das hier und dann können wir uns hier weiter durch buddeln und dann überlegen wie wir da dran kommen knapp zu spät das muss irgendwie von dadurch brudeln okay okay der bleibt da sehr schön und dann jetzt hier mit dem handschuh wieder und dann holen wir uns das jetzt gut was die ja sie zuhause wenn ich schon mal über gewesen wäre sind so viele gänge und so aber hier bin ich meine ich noch nicht gewesen doch ich habe mich lieber hier durch dann gucken wir mal dass wir da irgendwo hinkommen kann man hier so eine laterne aufstellen da da war die laterne ich habe ein du brauchst nicht ich habe gar kein licht mehr super aber hier erz weil das nehmen wir es auf jeden fall mit das erz bevor ich erst mal wieder hoch gehe so und nein runter ich sehe nichts ich sehe nichts aber natürlich ist gefährlich für diese magnete aber die magnete die kennt man noch okay ich dachte schon hatte wer noch was und ich glaube unter mir ja da ist das erz so okay das ist ein bisschen zu düster sollten wir wieder ans tageslicht reicht nicht zack so muss ich denn jetzt nur lang um da wieder rauszukommen ööö oh fällt mir nicht reicht das hier mit dem handschuh verdammt ja reicht ah das wechselt wieder zu verdammt verdammt äh anderer weg wo kommen wir hier nach oben nirgends wo verdammt ja gut dass ich noch ein bisschen wasser halt habe ähm wollen wir erstmal hier material sparen also in dem fall wasser zack natürlich jetzt auch ich wieder bitter ne ähm was soll ich da machen ah okay keine chance komme ich so nicht dran verdammt ich möchte euch nicht in die luft jagen ja ich kann ja auch hier wahrscheinlich hoch ne ne geht auch wieder zu hier aber äh dann machen wir das so oh oder das ist echt das harte zeug ich hoffe dass ich mein wasser dafür ausreicht passiert glaube ich überhaupt gar nix hier okay wo muss ich jetzt gucken ey verdammt wo steht denn halt der runter na ah naja mein leben so und jetzt hier danke äh okay wo steht denn hier weg glaube ich schon gehe mir zu ähm ja das reicht ja nicht komm ich hier durch naja toll ähm aber hier vielleicht so äh und dann kommen wir da hinten hin so einmal hier hier und so da dann müsste ich hier raufkommen ja das sieht doch schon besser aus hier einmal durch hepp und jetzt hier rüber macht der nicht verdammt verdammt so viel wasser habe ich nicht mehr ah so wo ist der teleporter ähm da komme ich nicht drunter durch verdammt verdammt irgendwo muss doch hier dieser teleporter sein weil das nicht irgendwo verkauft ah da ist er da ist er boah handschuh nein ich habe kein wasser verdammt wie komme ich denn da hoch nein ich glaube ich muss mich tatsächlich jetzt selbst in die luft jagen nein das ist so kurz vorm ziel ja bringt nichts ups die interne hier eingestellt das wollte ich eigentlich gar nicht hey wobei hey nö ha brauche ich doch gar nicht ähm ups moment wie war das jetzt nochmal vielleicht so dahin und jetzt hier die leiter hey warum steht da hier nichts kaputt ach jetzt erzählen wir doch keine hier jetzt kann ich das ja klasse hey mann aber irgendwann muss ich mich nicht in die luft jagen dass ich mein geld hier verschwende dozi so ja level up juhu hydrauliköl freigeschaltet so einmal bitte wieder voll heil puh ähm ja wieder leitern und wieder die lampen so was haben wir jetzt hier noch zu kaufen ich glaube für geld gar nichts ne nur kugeln davon haben wir aber nicht genug aber wenn ich schon mal auf der seite bin dann gehe ich wieder in die röhre wasser tanken zack einmal voll machen da reicht das wasser dafür nicht aus aber wir können ja nochmal raus und nochmal reingehen so hier irgendwo wieder noch wasser da zack und dann haben wir das können wir nochmal einmal raus zack und noch einmal rein dann haben wir nämlich das wasser auf äh wundersame weise hier wieder voll und dann sind wir auch voll so gut dass mir das mit den leitern noch eingefallen ist da denke ich meinst das ist nämlich nie dran ähm können wir mal eben hier weg machen und dann gucken wir mal bei ihm hier hör auf dein Herz ähm ja den hammer hier könnten wir weitermachen den schlag noch einen größeren beutel aber das war jetzt so nicht das problem ein hyper tank plus eins mehr wasser mehr rüstung Plasma-Laterne 60 Sekunden zu Leucht plus Leuchtfeuer achso die habe ich schon Hydrauliköl plus 50 Prozent schnellere Dampf ähm Schlagaufladung auch nicht schlecht aber dafür braucht man sehr viel mehr Kugeln als wie ich habe also Rüstung Schlag plus zwei zu Bodenschaden plus eins statt zu Gegnerschaden oder zwei Bodenschaden je weiter da oben auf der Härte-Skala desto besser ich glaube in dem Beutel nicht im Bohrer ja ist nicht schlecht aber ich glaube ich nehme einfach das hier das ist erstmal billiger ja danke dann haben wir Gegnerschaden nochmal Bodenschaden erhöht ich nutze das ja auch sehr gerne Rüstung kann man hinterher auch nochmal machen und auch hier tanken nochmal Leben und Wasser nochmal mehr gut dann geht's wieder nach unten so ja es bleibt halt nichts anderes übrig als das mit den Leitern zu machen weil ich die Dinger natürlich noch runterholen könnte aber jetzt habe ich das einmal mit den Leitern hier dann lassen wir das auch ähm ich glaube wir machen hier noch diesen weil die gehen immer zu so oder so außer ich würde das hier machen dass ich die runter mache aber dann mache ich eventuell noch die Leitern kaputt ne lassen wir das sein ähm gucken wir eher dass wir hier runterkommen und vielleicht dann auch gar nicht mehr zu den Teleporter hin müssen ähm gucken wir hier vielleicht dann ach guck mal hier ist sogar Wasser wollen wir mal gucken dass ich hier noch einen Durchgang schaffe den man auch immer nutzen kann den man zum Beispiel jetzt hier durchbohrt so und hier wobei wir dann hier noch das Problem haben ähm aber kurz hat glaube ich jetzt gar nichts gebracht so die kriegen wir halt auch nie ganz weg ah lassen wir das es verbraucht jetzt gerade viel zu viel Wasser und ich will hier tiefer runter so ähm ach da ist sogar ich sehe schon gerade da ist ein Tor hier da liegt auch was sind wir hier schon mal gewesen ach ja genau hier sind die Laser genau hier sind wir stehen geblieben ups das wollte ich so nicht so es macht kaputt hier so dass ich dann hinterher mit dem Hammer alles kaputt kriege komm mach schon soll ich mir ein bisschen helfen wow oh okay boom der ist kaputt nee nein so der ist kaputt ein bisschen aufpassen hier so der ist finite und du bist auch platt okay Frage was ist hier okay mhm definitiv kommt man hier durch so hey war kaputt ähm ah guck mal da unten waren Kugeln und noch viel anderes Zeug ich glaube das war es auch das was ähm man hier jetzt gefunden hat ne das glaube ich jetzt so weiter gar nichts auf dem ähm danke okay so Leben ist auch wieder voll ja das sieht mir ganz danach aus als gäbe es hier nicht mehr dann gehen wir hier auch durch die Decke zack zack war mal bitte hier zu danke und dann kommen wir wieder raus haben wir nochmal ein paar Kugeln gekriegt ein bisschen ähm ja Erz haben wir so und da haben wir wieder ein neues Erz ist das die Marke hier immer da wo ich zuletzt war oder was bedeutet die könnte nämlich fast so sein ja kommt man halt hier durch okay da müssen wir als nächstes hin hier explodiere doch explodiere doch ach aber noch nicht so nah an mir ich wollte doch extra weg davon so ja ist aber irgendwo wo noch Erz da glaube ich hier machen wir mal auf da ist aber so kein Erz mehr ja ich weiß dass da was ist da will ich ja jetzt auch hin wenn ich mir das Erz hier geholt habe so weil ohne Moos nix los gibt da noch so viele schöne Sachen die ich gerne hätte und ja ist es halt so ne ähm ja ich glaube ich buddel mich erst mal hier so durch um zu gucken das war glaube ich gar nicht mal so schlecht die Idee so und da sind wir nämlich schon die machen wir eben noch platt hey guckst du was da da kommen wir nicht durch so gehen wir hier rein äh wow 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 das war knapp bist du fertig das ist so eine Art Sicherheitsleuchte wa oah war nur was mach ich denn hier bisschen zu langsam hey cool warte zack danke ähm da ist erz das holen wir uns boom alles meins ja das ist halt so ne Alarmanlage sag ich jetzt einfach mal dazu so ja so ne Lichtschranke gedönst ok das hält sogar krieg ich die hin kaputt ok ich kann den drauf hauen aber ganz kaputt krieg ich sie glaube ich nicht auch nicht schlecht ah ich wollte ja nicht rein wollte doch nur das Licht haben irgendeiner schnarcht hier schon wieder aua tja komm ich ja am besten drüber so ha geschafft oh und da ist eine neue Technologie Technologie äh Statik Sprint ja wie ging das nochmal Sprinten äh B Statik Sprint B plus B und was bringt das was macht das den Unterschied ist hier was ne Adjet Auf Wiedersehen bei bei b bei blue navy bab